Und heute geht es natürlich vor allem um die neuen Verteidigungsgebäude. Der Zauberturm. Wir haben jetzt eine Riesen-Kanone ohne und eine Kanone mit Zauberturm. Wie schnell wird der Riese down gehen? Wir machen es genau gleichzeitig. Und jetzt müsst ihr eigentlich die Kanone hier... Ja, jetzt sehe ich es. Ah, und da ist der klare Unterschied. Das ist deutlich schneller. Also der Wutsuar droppt nicht nur auf Helden, sondern eben auch auf Gebäude. Und das ist natürlich absolut krank in der Verteidigung. Die letzte und natürlich hoffentlich auch stärkste Stufe sollte der Unsichtbarkeitszauberturm sein. Wir haben jetzt 10 Packers. Und im Unsichtbarkeitszauber haben wir die Adler-Dev, die wir halt beschützen wollen. Und ein Rathaus. Ich glaube, gerade diese beiden Gebäude könnten unfassbar interessant werden zu beschützen. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu schnell. Aber jetzt ein Fail. Es geht. Ich meine, der Zauberturm ist weg, aber wir sehen, es klappt. Die laufen weg.